Ich möchte mich Ihnen zunächst erklären, was unter dem Thema esoterische Praktiken zu verstehen ist, um anschließend auf deren Gefahren für die körperliche, geistige und seelische Gesundheit aufmerksam zu machen. Das aus dem Griechischen kommende Wort Esoterik bedeutete ursprünglich okkultes Geheimwissen, zu dem nur eingeweihte Zugang hatten. Heute bezeichnet der Begriff Esoterik eine verwirrende Vielzahl antichristlicher Heilslehren und Heilswege, die das Ziel haben, die Menschen an ein antichristliches Lebensgefühl zu gewöhnen und von esoterischen Praktiken abhängig zu machen. Das geschieht am leichtesten über die esoterische Medizin, also über esoterische Diagnose und Heilverfahren, die sich als natürlich, sanft, ganzheitlich, alternativ oder gesund vorstellen. Gesund möchte jeder Mensch sein. Und weil die Schulmedizin, das heißt die wissenschaftlich ausgerichtete und an Hochschulen gelehrte Medizin, keineswegs perfekt und ohne Probleme ist, denken wir nur an die Nebenwirkungen chemischer Medikamente, ist an jeder von uns in Versuchung, den Versprechungen der sogenannten Alternativmedizin, hier eingeengt auf esoterische Medizin, Glauben zu schenken und Heilpraktikern oder Heilern zu vertrauen, vor allem wenn uns die Werbung vormacht, die sogenannte Naturmedizin sei ohne Nebenwirkungen. Zu esoterischen Medizin zählen zum Beispiel Praktiken wie Ayurveda, die anthroposophischen Heilverfahren, Bachblütentherapie, die chinesische Medizin, Heilsteintherapie, die Modeerscheinung Feng Shui, zahlreiche Meditationstechniken, Pendeln und Wünschelroutengehen, Reiki, die Geist- und Wunderheilung, Yoga und eine unübersehbare Fülle anderer Diagnose- und Heilverfahren. Vorweg, diese sogenannten alternativen Verfahren, die gegen die Schulmedizin antreten, sind keineswegs ohne Nebenwirkungen. Sie können schwere körperliche, nervliche, vor allem aber seelische Leiden bewirken, ja sogar dämonische Belastungen, Umsessenheit und Besessenheit. Die esoterischen Praktiken verstehen sich als sogenannte Erfahrungsmedizin. Das heißt, sie sind oft Jahrtausende ohne Überprüfung ihrer Wirkungen, Nebenwirkungen und Gefahren von Generation zu Generation weitergegeben worden und entziehen sich bis heute jeder wissenschaftlichen Untersuchung. Hauptsache, sie sind sehr geheimnisvoll, sehr alt und kommen möglichst aus Fernost, aus China, Japan, Indien, Tibet oder aus Afrika oder Südamerika. Gefährlich an diesen Praktiken ist unter anderem, dass sie den meisten Menschen unbewusst und von den meisten, leider auch zahlreichen Katholiken unbemerkt, den christlichen Glauben mit heidnischem Gedankengut, also buddhistisch, hinduistische, shintoistische, taoistische, animistische Irrlehren infizieren, zum Beispiel die Irrlehre von der Selbsterlösung, der Harmonie mit Natur und Kosmos, dem heilbringenden Streben nach höherem Bewusstsein, der Irrlehre der Wiedergeburt, der Leugnung der Sünde, dem Abtragen von Karma, der Selbstvergöttlichung und so weiter. Wie weit die Esoterik bzw. Magie und Okkultismus bereits in die katholische Kirche eingedrungen sind, wurde jüngst deutlich, als die südafrikanische Bischofskonferenz ein Hirtenschreiben gegen heidnische Bräuche veröffentlichte, indem sie den Priestern befiehlt, sich von Hexenmächten, Wahrsagerei, Geisterkult, Ahnenkult und dem Verkauf magischer Medizin fernzuhalten. Es heißt in dem Hirtenbrief wörtlich, zitiere, Der Glaube, dass Ahnen mit übernatürlichen Kräften ausgestattet sind, grenzt an Götzendienst. Nicht zu akzeptieren ist die Verwendung von Magie, Zauberei und die rituelle Anrufung der Ahnen. Priester, die traditionelle Heilriten praktizieren, verwirren die Gläubigen. Wir fordern die Priester auf, im Namen Jesu Christi durch Sakramente und Sakramentalien zu heilen. Soweit das Hirtenschreiben. Eine von Wunderheilern bevorzugte Heilmethode ist die Handauflegung. Sie wird zum Beispiel bei Reiki praktiziert. Reiki gehört in Deutschland zu den esoterischen Massenbewegungen und ist laut Erfahrung von Exorzisten, die sich auf internationalen Kongressen austauschen, eine der gefährlichsten Praktiken unserer Zeit. Weil bei der sogenannten Energieübertragung durch Handauflegung nicht selten dämonische Belastungen, ja sogar Besessenheit bewirkt werden. Ich möchte deshalb etwas ausführlicher auf dieses Heil- bzw. dieses Heilsangebot eingehen. Um die Reiki-Energie auch in den christlichen Ländern weitergeben zu können, erzählte die Reiki-Großmeisterin Hawaya Takata fälschlich, dem katholischen Priester und Direktor einer Missionsschule in Kyoto, Japan, Dr. Mikaomi Usui, sei die Heil-Energie, mit der Jesus Christus geheilt habe, verliehen worden und von ihm durch Weihen an 2000 Menschen weitergegeben worden. Diese erfundene Geschichte hatte den erwarteten Erfolg. Und deshalb wird die Geschichte immer noch von Reiki-Meistern erzählt. Wieder besseres Wissen. Recherchen ergaben, dass es in ganz Japan weder eine christliche Schule noch eine Universität gibt, an denen ein Dr. Mikaomi Usui tätig war. Richtig dagegen ist, dass der 1865 in Yogo-Japan geborene Usui-Buddhist war, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er starb 1926. Das von ihm in Japan begründete Reiki-System ist eine alte tibetisch-buddhistische Heiltechnik, die Usui nach eigenen Angaben in einer Vision mitgeteilt bekam. Er selber erzählte, dass er nach dreiwöchigem Fasten und Meditieren auf dem heiligen Berg von Koryama eine Lichtgestalt gesehen habe, die sich ihm schnell näherte und zu ihm sprach. Usui erkannte, dass ihm die lange gesuchte Heilkraft übertragen würde, wenn er sich dieser Lichtgestalt hingeben würde. Ihm wurde von ihr mitgeteilt, dieses Licht sei so mächtig, dass es ihn durch Berührung töten könne. Er solle wählen. Usui entschied sich, sein Leben zu riskieren, um die begehrte Fähigkeit, Heilwunder zu wirken, als Geschenk zu erhalten. Im selben Augenblick schoss ein Lichtstrahl in seine Stirn. Usui fiel in Trance und hatte die Vision von farbigen Lichtblasen, in denen Symbole aufleuchteten. Die Lichtgestalt belehrte ihn, wie diese Symbole anzuwenden seien. Nach dieser Vision konnte Usui durch Handauflegung heilen. Er weihte rund 2000 Schüler zu Reiki-Meistern. Diese wieder verbreiteten die okkulte Reiki-Heilkraft durch Weihe-Rituale weltweit, auch in Deutschland. Das Wort Reiki bedeutet universelle Lebensenergie. Ziel der Reiki-Weihen ist die Erlangung der Buddha-Natur. Reiki kann durch Übertragung bzw. Einweihung weitergegeben werden, und zwar durch Handauflegung. Inspiriert von Großmeisterin Takata wird Reiki in Deutschland göttliche Energie genannt oder Heilkraft Jesu oder Lebenskraft, unversiegbare Quelle allen Lebens oder kosmische Heilenergie oder universelle Lebensenergie. Die Übertragung, Einweihung oder Initiation geschieht, während der Reiki-Lehrer oder Reiki-Meister ein bestimmtes Ritual durchführt. Reiki-Meister beobachten, dass Schuldgefühle das Fließen von Reiki verhindern und deshalb aufgelöst werden müssen. Ich zitiere, Wir glauben, dass Schuldgefühle auf einer sehr tiefen überpersönlichen Ebene aufgelöst werden, die uns vom direkten Kontakt mit der universellen Lebensenergie abhalten. Wir wissen, dass die Übertragung geschieht. Wenn Einweihungen von ausgebildeten Reiki-Lehrern mit den traditionellen Ritualen, Symbolen und Mantras ausgeführt werden, kann es keine fehlgeschlagenen Einweihungen geben. Denn es ist nicht der Reiki-Lehrer, der die Einweihung vornimmt. Er stellt nur den Kontakt zur Quelle der universellen Lebensenergie her und dient als Kanal für diese Kraft. Soweit Zitat. Diese Kraft, so erfahren die Exorzisten, kommt nicht von oben, sondern von unten. Sie ist nicht göttlicher, sondern dämonischer Natur. Dazu ein Erfahrungsbericht. Ich zitiere. Vor etwa neun Jahren hatten mein Mann und ich gesundheitliche Probleme. Eine Nachbarin und eine Heilpraktikerin empfahlen uns Reiki. Weil uns vorgegaukelt wurde, durch die von Reiki geweckten Selbstheilungskräfte hätten wir Einfluss auf unser Wohlbefinden, habe ich meinen Mann überredet, mitzumachen. So haben wir beide in den ersten Reiki-Grad erworben. Von Reiki-Weihe mag ich schon gar nicht mehr reden. Durch leise Musik hatten wir uns einschläfern lassen. Das böse Erwachen kam bald. Mein Mann wurde plötzlich ernsthaft krank und fiel nach einigen Tagen in einen Trance-Zustand, den ich nur so umschreiben kann. Er war wie ein Zombie. Der Arzt kam mehrmals am Tag und hatte keine Erklärung. In meiner Not habe ich am dritten Tag unseren Reiki-Meister angerufen, der versprach zu helfen. Er half tatsächlich. Nach seinem Fernheilungsritus schlug mein Mann die Augen auf und war wieder er selbst. Dafür kamen andere Schwierigkeiten. Seit jenem Tag der Fernheilung ist mein Mann nicht mehr in der Lage irgendetwas zu arbeiten, sei es im Garten, in seiner Werkstatt oder im Haus. Kein Arzt, keine Klinik, niemand konnte ihm helfen. Es ist unmöglich, unsere ganze Leidensgeschichte aufzuschreiben, denn auch ich blieb natürlich von Problemen verschont, nicht von Problemen verschont. Bei mir stellten sich so schlimme Allergien ein, dass ich mehrmals damit in eine Klinik musste. Unser ganzer Freundeskreis ist daran zerbrochen. aufgefangen wurde ich nur durch einen Priester, bei dem ich Rat und Hilfe suchte. Heilenergie übertragen auch die sogenannten Geist- und Wunderheiler durch Auflegen der Hände, und zwar auf den Kopf oder auf kranke Körperteile des Hilfesuchenden. Millionen Deutsche, auch tausende Katholiken, nehmen ihre Zuflucht zu diesen Wunderheilern. Unter ihnen leider auch katholische Priester, die sich auf übernatürliche Heilkräfte berufen, die ihnen durch Visionen, Privatoffenbarungen, im Gefolge einer schweren Krankheit oder durch Handauflegung von Laien zuteil geworden seien. Sie behaupten, Heilenergie könne auch in Abwesenheit eines Leidenden über Fotos, Haare oder persönliche Gegenstände übertragen werden. Sie versprechen wunderbare Heilung, wenn kein Arzt mehr helfen könne, besonders bei Krebs. Nicht nur in Afrika, auch in Deutschland, geben nicht wenige katholische Priester vor, durch Handauflegung Heilgeist oder den Heiligen Geist mitzuteilen. Und zwar bei der sogenannten Geist-Taufe oder in Gottesdiensten. Oft werfen sie dabei Gläubige auf den Rücken, einzeln oder zu Hunderten. Ein untrückliches Zeichen, dass es sich bei diesen Handauflegungen um Magie handelt und nicht um eine Geist-Taufe, also eine Taufe mit dem Heiligen Geist, sondern um eine Geist-Taufe. Das Rückwärtsfallen und auf dem Rücken Liegen wird als Ruhen im Geiste getarnt. Viele der auf den Rücken gefallenen Menschen erklären, einen Zustand der Glückseligkeit oder des Friedens erlebt zu haben. Nach kürzerer oder längerer Zeit aber von Depressionen oder anderen psychischen und unerklärlichen körperlichen Leiden heimgesucht zu werden, von denen sie nur durch einen Exorzisten wieder befreit werden können. Schon Kardinal Sünens, der Vater der katholischen charismatischen Bewegung, warnte vor dem Phänomen des Rückwärtsfallens und unserer Anfrage bei Kardinal Ratzinger, dem heutigen Papst Benedikt, im Jahr 2004 bestätigten die Warnungen von Kardinal Sünens. Wörtlich heißt es in dem Antwortschreiben aus Rom an uns, die von ihnen beschriebenen Praktiken zeigen, wie wichtig und richtig die Warnungen von Kardinal Sünens waren, dessen Stimme auch amtlichen Charakter hat. Das heißt, Rom deutet offiziell das Phänomen des Rückwärtsfallens bei Handauflegung als nicht vom Heiligen Geist bewirkt. Viele Katholiken sind ohne ein klares Urteil. Wundersucht, Erlebnishunger, Verlangen nach schneller und bequemer Heilung, mangelndes Glaubenswissen und mangelndes Wissen über Magie und andere esoterische Praktiken, blindes Vertrauen zu Autoritätspersonen, bei Katholiken zu Priestern und Visionären, Massenpsychologisch geschickt inszenierte sogenannte Heilungsgottesdienste. Zeugnisse angeblich geheilter Personen und suggestive Ansprachen beziehungsweise Predigten erzeugen eine Erwartungshaltung, die davon überzeugt ist, von Gott Heilung beanspruchen zu können. Vor allem aber erzeugen sie eine magische Atmosphäre, die über Gott, über den Heiligen Geist Verfügungsgewalt auszuüben versucht und Gott vor allem den Heiligen Geist damit zum Gehilfen des Heilers herabwürdigt. Das ist Magie. Das ist nicht der Segen der Kirche. Das hat mit Sakramenten und Sakramentalien nichts zu tun. Um es noch einmal zu verdeutlichen. Der Begriff Magie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Zauberkunst Nach magischen Vorstellungen können Geister Gute und Böse vor Menschen in den Dienst genommen werden. Um Heilungsmagie handelt es sich dann, wenn der Heiler die übersinnliche Welt beeinflussen, lenken und dienstbar machen will, um Krankheiten zu heilen. Esoteriker üben Heilmagie aus, wenn sie über die sogenannte kosmische Heilenergie über feinstoffliche Strahlen, über Geistführer oder andere Geister mittels bestimmter Praktiken verfügen wollen. Katholiken üben dann Heilungsmagie aus, wenn sie über verstorbene Engel, Heilige, ja über den göttlichen Heilgeist, über den Heiligen Geist oder die Heilungsenergie Jesu Christi verfügen wollen. Der Mensch hat aber keine Verfügungsgewalt über Gott oder die reinen Geister. Wer auf der Grundlage eines solch magisch verkommenen Glaubens zu heilen versucht oder Wunderheilung sucht, unterwirft sich nicht Gott, sondern den unreinen Geistern, den dämonischen Gewalten. Diese Praktiken sind heidnisch und antichristlich und stehen im Gegensatz zur gesunden Lehre des Evangeliums. Sie machen deshalb seelisch und auch körperlich krank. Therapeuten, die sich als sensitiv, als Medium oder Kanal oder Mittler zwischen übersinnlichen Wesen und den Menschen verstehen, führen Hilfesuchende in die okkulte Welt der Dämonen, die sich häufig als Lichtwesen zu tarnen, sich in betörender Sprache der Liebe und Güte mitzuteilen und Gefühle des Glücks, der Harmonie und des Friedens zu vermitteln verstehen. Die von Heilern herbeigerufenen und beschworenen Geistwesen, Engel, Führer, Schwingungen, Energien oder Götter, haben mit den von Gott erschaffenen guten Geistern nichts zu tun. Wenn heiler Patienten anleiten, durch Rituale oder Gedankenkraft mit höheren Wesen Kontakt aufzunehmen, bringen sie Hilfesuchende in den Wirkbereich böser Geister der von Gott abgefallenen Engel. Die guten Geister oder die Seelen Verstorbener entziehen sich jeder Beschwörung von Menschen. Sie lassen sich nicht von Menschen herbeirufen oder in ihren Dienst stellen. Wenn sie erscheinen, dafür gibt es Zeugnisse in der Bibel, dann immer nur im Auftrag Gottes als seine Boten und zu einer Zeit, die allein Gott bestimmt und nicht der Menschen. zahlreiche Heiler setzen an die Stelle von Gut und Böse die Begriffe Erleuchtung und unvollkommene Erkenntnis, die es aus eigener Kraft zu überwinden gelte, um zu gesunden. Die Existenz des Bösen und der Sünde verwerfen sie als gesundheitsschädlichen Aberglauben. Sünde, der Ungehorsam gegen Gott und seine Gebote, wird als nicht existent erklärt und Schuldgefühle werden wegtherapiert. Wo es aber keine Sünde gibt, da gibt es keine Erlösung durch den Sohn Gottes, da gibt es kein Gericht Gottes, da gibt es keine Hölle, die Gottesferne. Die Erlösung Jesu Christi wird durch Selbsterlösung ersetzt, dem einzigen Leben auf Erden wird mit der Irrlehre von der Wiedergeburt der Ernst der Bewährung genommen. Die Geschöpflichkeit und Abhängigkeit des Menschen von seinem Schöpfer wird ersetzt durch den Irrglauben an eine Selbstvergöttlichung. Esoteriker setzen sich an die Stelle Gottes. Erweiterung des Bewusstseins und die Erfahrung der Selbstüberschreitung, der Selbstverwirklichung oder Ich Entgrenzung stehen im Mittelpunkt zahlreicher esoterischer Heilverfahren. Dazu gehören unter anderem Trance-Techniken wie Channeling, Deute-Techniken wie Pendeln und Wünschelruten gehen, Meditations- und Ekstase-Techniken, Yoga, transzendentale Meditation, schamanische und spiritistische Praktiken. Da es nicht wenige Katholiken gibt, die sich als begnadet verehren lassen oder sich von sogenannten Begnadeten abhängig machen, einige Worte zum Channelen. Channel heißt Kanal. Beim Channelen oder Channeling nimmt ein Medium Kontakt mit höheren Wesen auf, um Antworten auf Fragen, um Ratschläge, Botschaften, Belehrungen oder Warnungen zu empfangen. Die Botschaften des imaginären Häuptlings White Eagle zum Beispiel werden auch nach dem Tod des englischen Mediums Grace Cook, Autorin zahlreicher Bücher, über die White Eagle Lodges weltweit weiter verbreitet. Die Geister White Eagles verkünden, ich zitiere, wir kommen aus der geistigen Welt, um euch eine Botschaft der Liebe und Hoffnung zu bringen. Ihr alle leidet auf vielfache Weise, die einen unter Schmerzen und körperlichem Unbehagen, manche unter seelischen Belastungen und Ängsten. Wir kommen, um euch zu trösten, um euch mit neuem Lebensmut zu erfüllen. Der Weg für alle ist der gleiche. Lass das Christuslicht in dein Leben einströmen, unterwerfe dich dem göttlichen Gesetz, gib dich hin und du wirst Frieden und Freude finden. Soweit Zitat aus dem White Eagle Heilungsbuch. White Eagle empfiehlt aus dem Jenseits Handauflegung, Farbbestrahlung, Astrologie, Bachblütentherapie, Heilmandras und andere Techniken. Zahllose Wunder und Geistheiler arbeiten als Channeler oder mit Channeler zusammen. Channeler versetzen sich über Selbsthypnose, Hyperventilation oder Meditation in eine Art Trance. In Halbtrans können sie Fragen direkt beantworten, in Volltrance spricht ein Geistwesen aus ihnen. Die Geistbelehrungen werden entweder verbal übermittelt oder mit Hilfe eines Kiyarboards oder Witchboard genannt, eines runden Brettes mit einem Zeiger, der Buchstaben und Zahlen anzeigt, die zu einem Text zusammengesetzt werden. Botschaften werden auch über das sogenannte Planchette vermittelt, ein dreibeiniges Gestell mit angebundenem Stift, der über ein Blatt Papier gefahren wird und Texte schreibt, auch automatisches Schreiben genannt. Diese gechannelten Botschaften sind entweder Betrug, Produkte geistesgestörter Menschen oder dämonisch gewirkte Wahrsagerei beziehungsweise Weissagung. Um gläubige Menschen abhängig zu machen, geben katholische Tschernöller vor, Botschaften von Heiligen, Engeln, von Maria, von armen Seelen zu empfangen oder mit Christus Energie beziehungsweise göttlicher Heilkraft zu heilen. Sie praktizieren Christus-Therapie als Ergebnis direkten Kontaktes zu Jesus Christus. Eine Flut von gechannelten und damit falschen Botschaften wird von sogenannten begnadeten Personen vor allem aber von irregeführten Katholiken weit verbreitet. Hilfesuchende, die sich von Channelern abhängig machen, Sündigen nicht nur schwer gegen Gott und sein Verbot der Wahrsagerei, sie tragen auch nicht selten schwere Nervenstörungen, psychische Wahnvorstellungen und dämonische Belastungen, Umsessenheit, ja sogar Besessenheit davon. Gechannelte Botschaften dürfen nicht verwechselt werden mit den von der katholischen Kirche als echt anerkannten Privatoffenbarungen und Heilungswundern die wahrhaft begnadeten Menschen von Gott geschenkt werden, zu einer Zeit, die er bestimmt. Wenn esoterische Therapeuten von Gott sprechen, von der göttlichen Kraft des Menschen, die es zu entdecken gelte, füllen sie diese Begriffe mit antichristlichen Inhalten. Das göttliche Leben das Esoteriker zu vermitteln beanspruchen, ist nicht das in der Taufe von Gott geschenkte göttliche Leben, sondern unpersönliche Energie, Prinzip oder Heilgeist. Die göttliche Energie wird irreführend Christus Energie genannt oder Energie des universalen Christus. Dieser esoterische Christus ist nicht Jesus Christus die zweite göttliche Person in der Dreieinigkeit, sondern Titel von Menschen, die ihre innere Göttlichkeit wahrgenommen und sich zum universellen Meister entwickelt haben. Der Messias Jesus Christus dagegen ist nach esoterischer Irrlehre einer von zahlreichen Manifestationen des kosmischen Christus. Esoteriker verstehen den Kosmos als Ozean aus Energie, der als Ganzes oder als Beziehungsnetz gedeutet wird. Als Zukunft wird die versöhnte göttliche Einheit alles Seienden erträumt. Esoterische Heiler stellen das Ich in den Mittelpunkt ihres Lebens. Der Christ dagegen öffnet sich dem Du Gott und den Mitmenschen in gehorsamer Erfüllung des von Gott gebotenen und in tätiger Nächstenliebe. Die Liebe des Esoterikers dagegen gilt sich selbst. Nach der Offenbarung Gottes steigt nicht nicht der Mensch zu Gott herauf durch irgendwelche Techniken oder erweitertes Bewusstsein sondern Gott neigt sich dem Menschen zu durch sein Wort das in der zweiten göttlichen Person Fleisch wurde. Der Mensch kann sich Gott nicht mit spirituellen Praktiken nähern. Er kann Gott nicht zwingen durch Handauflegung zum Beispiel Heilwunder zu wirken sondern Gott beschenkt in freier Wahl. Wenn Menschen sich seiner Führung anvertrauen wenn sie auf jede Ich Sucht verzichten auf jede eitle Überheblichkeit wenn sie ihn lieben die Liebe zu Gott aber beweist sich in der Erfüllung seiner Gebote Wer mich liebt hält meine Gebote sagt Christus Nicht Selbstvergöttlichung ist das Lebensziel des Menschen sondern die ewige Gemeinschaft mit Gott Esoterische Heiler lehren das Vertrauen auf die eigene Kraft auf die Selbsterlösung Sie behaupten göttliche Heilenergie zu aktivieren zu entwickeln zu übertragen wann immer sie es wollen der Versuch göttliche Macht zu erlangen zu sein wie Gott kostete schon die ersten Menschen das Paradies die Gemeinschaft mit Gott Menschen können nicht wie Gott sein sie sind Geschöpfe und müssen diese ihre Geschöpflichkeit anerkennen wenn sie nicht der Gemeinschaft mit Gott verlustig gehen wenn sie nicht ihr ewiges Heil verwirken wollen esoterische Heiler lehren dass Steine Pflanzen Tiere und die Planeten beseelt seien sich gegenseitig beeinflussen würden und von Menschen mit Hilfe bestimmter Rituale und Praktiken in den Dienst genommen werden könnten in diesem Zusammenhang einige Worte zur sogenannten Hildegard Medizin Hildegard von Bingen hat gelebt von 1098 bis 1179 sie ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Mittelalters erste deutsche Naturforscherin und Mystikerin sie war von Kindheit an visionär begnadet ihre bedeutenden mystischen Werke wurden ihr unter Antrieb einer inneren Stimme vorgeschrieben die ihr befahl das Geschaute zu offenbaren die medizinischen und naturwissenschaftlichen Schriften Hildegards so das eindeutige Ergebnis heutiger Forschung sind nicht visionären Ursprungs sondern Sammlungen mittelalterlichen Wissens und deshalb nicht nur überholt sondern zum Teil falsch und als therapeutische Anleitungen gefährlich die medizinische Schrift Hildegards Cause et cure ist auch nur als Handschrift aus dem 13. Jahrhundert erhalten sie liegt also nicht einmal im Original vor und das fälschlich Hildegard zugeschriebene Buch eines unbekannten mittelalterlichen Verfassers von den Steinen wurde erst im 16. Jahrhundert ihrem Werk Physiker hinzugefügt in 26 Kapiteln werden Entstehung Qualität Wirkungen und Anwendungsmöglichkeiten von Steinen beschrieben So soll zum Beispiel der Magnetstein aus dem Speichel giftiger Schlangen und der Titanit aus Luxurin entstanden sein Viele Aussagen in diesem Buch widersprechen dem christlichen Weltbild Hildegards und können deshalb unmöglich von ihr sein Sie müssen als magisch und abergläubisch verworfen werden Der Medizinhistoriker Heinrich Schipperges lässt fast nach gründlichen Recherchen zusammen Ich zitiere Angesichts der zunehmenden Aktivitäten einer sogenannten Hildegard-Medizin haben wir festzustellen dass die naturkundlichen Schriften natürlichen Erfahrungen entstammen und dem Wissen der damaligen Zeit entsprechen Die Versuche eine durchaus berechtigte Naturheilkunde als Hildegard-Medizin in die ärztliche Praxis und in den Bereich der Apotheke zu bringen entbehren jeder wissenschaftlichen Grundlage Soweit Schipperges In neuer Übersetzung machten sich Dr. Gottfried Herzger und Dr. Strelo das Buch des anonymen mittelalterlichen Verfassers als Edelstein Medizin der Heiligen Hildegard vor allem bei Katholiken bekannt um es später in der Esoterik Szene gewinnbringend zu vermarkten Als wörtlich von Gott diktiert und darauf legen beide Herausgeber Wert soll Hildegard unter anderem folgende Empfehlung gegeben haben Zitiere Ehe ein Mensch zu Bett geht trage er allabendlich einen Achat offen auf der flachen Hand liegend kreuzweise durch das Haus der ganzen Haus Länge nach und auch in der ganzen Breite dort werden Diebe ihr Handwerk weniger nach Belieben ausüben und beim Stehlen weniger Erfolg haben Zitat Diese Anweisung betonen die Übersetzer sei sicher hildegardisch und sie betonen nur peinlich genaues befolgen der Vorschriften führt zum Erfolg so vor allem die therapeutischen da sie ja Offenbarungen Gottes seien ich zitiere das mystische Diktat stellte Hildegard die Wortwahl nicht frei so machte Achat zum Beispiel geschickt und feinfühlig und klug im Gespräch weil der Achat aus Feuer Luft und Wasser geboren wurde so weit Zitat ein Epileptiker könne geheilt werden ich zitiere wenn er einen Achat drei Tage lang ins Wasser legt wenn der Mond eben voll geworden ist am vierten Tag nehme er ihn wieder heraus und koche dieses Wasser leicht ohne dass es aufwallt dieses Wasser soll er aufheben und damit alle Speisen kochen die er verzehrt bis der Mond ganz abgenommen hat so weit Zitat das ist Magie das ist ein Zaubertrank lebensgefährlich sind Therapien die einen rechtzeitigen Arztbesuch verhindern zum Beispiel ich zitiere wo eine Spinne den Menschen an einer Körperstelle fixiert da streiche man den Amethyst über die Bissstelle und er wird geheilt werden Herzger und Strelo kommentieren zitiere sehr wohl ist auch an einen Zeckenbiss zu denken dessen Gefährlichkeit in den letzten Jahrzehnten in zunehmendem Maße erkannt worden ist unseren Wanderern in Wald und Flur kann man nur raten sich mit einem Amethyst bewaffnet auf den Weg zu machen die Zecken die hauptsächlich im Unterholz auf ihre Opfer lauern gehören nämlich zu den Gliederfüßlern wie die Spinnen auch so weit Zitat wer sich auf einen Stein verlässt für den wird jede Hilfe gegen die gefährliche Zeckeninfektion wie Hirnhautentzündung oder Borreliose zu spät kommen Zahlreiche andere Beispiele beweisen mangelndes Verantwortungsgefühl dem Kranken gegenüber Theologisch völlig unhaltbar sind therapeutische Empfehlungen im Hildegard Steinbuch zur Heilung von Besessenheit es heißt da alle Edelsteine sind ihrer Natur nach dem bösen Feind wenn ein Mensch vom Teufel besessen ist so gieße man ein wenig Wasser über den Chrysopras und spreche dabei O Wasser ich gieße dich über diesen Stein mit jener Macht durch welche Gott die Sonne mit dem Lauf des Mondes verknüpfte und dieses Wasser sollst du dem Besessenen zu trinken geben An jenem ganzen Tag wird der Teufel in ihm gequält und immer schwächer und übt dann seine Kräfte in ihm nicht so aus wie er es vorher getan so verfahre an fünf Tagen an fünften Tag aber mache mit dem Wasser ein dünnes Brötchen ein Dürrbrot und gib es ihm zu essen auf welche Weise du es kannst wenn der Luft Dämon kein bösartiger ist wird er von jenem Menschen weichen so war Zitat auf folgende Weise könne man erkennen ob der Luft Dämon harmlos oder bösartig sei ich zitiere wenn der Mensch gerne lacht und andere Menschen freundlich das heißt holdselig ansieht und wenn er zwischendurch ab und zu mit den Zähnen knirscht und grießgrämig ist dann ist dort ein gutartiger Luftgeist da so war Zitat abgesehen davon dass es keine harmlosen oder gar gutartigen Dämonen gibt wird jeder Exorzismus zum magischen Hokus Pokus abgewertet weitere Beispiele finden sie in meinem Buch Irrwege des Glücks Ein Beispiel Ein Beispiel angefügt Zitiere Nimm ein noch warmes Roggenbrot und schneide in die obere Kruste das Zeichen des Kreuzes ohne aber das ganze Brot durchzuschneiden Dann nimm den Hyazinth und ziehe den Stein diesen Schnitt entlang von oben nach unten und sprich dabei Gott der die ganze Edelsteinherrlichkeit dem Teufel abnahm als dieser seinen Auftrag übertrat befreie dich von aller Verblendung und Zaubersprüchen und löse von dir das Leiden dieser Verwirrtheit All diese Beispiele beweisen den antibiblischen esoterischen Geist des mittelalterlichen Steinbuches das Hildegard zugeschrieben wird Unter Besessenheit versteht die Bibel die Besitznahme des Körpers eines Menschen durch einen oder mehrerer Dämonen Dass es Besessenheit gibt ist in der Bibel mit rund 50 Berichten über Teufelsaustreibungen also über Exorzismen bezeugt Jesus selber hat exorziert um zu beweisen dass durch ihn und nur durch ihn Satan und sein Anhang besiegt worden ist der Sohn Gottes ist dazu erschienen dass er die Werke des Teufels vernichte heißt es bei Johannes und nur im Namen Jesu können Menschen von Besessenheit geheilt werden in meinem Namen werden sie also die Jünger Jesu Teufel austreiben sagt Christus in allen Exorzismus Beispielen der sogenannten Hildegard Edelstein Medizin ist kein einziges Mal der Name Jesus als wunderwirkende Macht erwähnt An An seine Stelle sind Steine und Beschwörungsformeln gesetzt tote Materie und Magie Eine Unzahl von esoterischen Heilverfahren soll die Harmonie mit dem Kosmos und der Natur herstellen um dadurch die Heilung von Krankheit und Leid zu bewirken Der Apostel Paulus warnt ausdrücklich die Hoffnung auf kosmische Mächte zu setzen Seht zu dass euch niemand betrügt durch Menschen Weisheit welche auf menschlicher Überlieferung und kosmischen Mächten beruht und nicht auf Christus sagte in seinem Kolosserbrief Paulus warnt vor den Kosmo Kratore Kosmos heißt Welt und Kratos heißt Macht weil sie satanische Mächte sind der Fürst dieser Welt ist der Fürst des Kosmos Gott verbietet jede Kontaktaufnahme mit Satan und seinem Anhang den Dämonen allein durch Jesus Christus ist das Heil zu finden nur in und durch Jesus Christus kann der Mensch Zugang zur übersinnlichen Welt finden keiner kommt zum Vater als nur durch mich Gott lässt sich nicht durch Meditationstechniken durch Mantras Mandalas oder Formeln verfügbar machen auch nicht durch eitle selbstsüchtige Gebete zahlreiche esoterische Heilverfahren basieren auf weißer oder schwarzer Magie die übermenschliche Fähigkeit wecken will und einsetzt um geistige Wesen dienstbar zu machen diese Wesen sind immer Satan und seine Dämonen die ständig den Menschen umlauern immer bereit sich ihm zu nähern um ihn in die Gottesferne hinab zu ziehen Gott verbietet die Kontaktaufnahme mit Geistern oder Seelen verstorbener Menschen ich zitiere aus der Bibel niemand finde sich der Wahrsagerei Zeichendeuterei Geheimkünste und Zauberei betreibt niemand der Bannungen vornimmt einen Totengeist oder Wahrsagegeist befragt oder Auskünfte bei den Toten sucht denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder der solches tut Fünftes Buch Moses Woran kann man nun erkennen ob ein Heilverfahren seriös oder esoterisch ist folgende Fragen sollten Hilfesuchende beantworten können bevor sie sich einem Heiler anvertrauen oder bestimmte Heilmittel zu sich nehmen Erstens sollen mit der angebotenen Therapie kosmische Kraft kosmische Energie oder Ki vermittelt beziehungsweise nutzbar gemacht werden Zielt die Behandlung auf gute Schwingungen oder Harmonie mit der Natur und dem Kosmos Zweitens welches Gottesbild steht hinter dem Heilverfahren Glaubt der Heiler an Jesus Christus den menschgewordenen Sohn Gottes oder an einen unpersönlichen universellen Christus Drittens betrachtet sich der Therapeut als Kanal als Medium als Visionär oder Mittler von unsichtbaren Wesen oder Verstorbenen die sich ihm offenbaren Viertens ist das Ziel der Heilung Selbst Erlösung oder Selbstvergöttlichung Steht die Therapie im Dienste der Gottes und Nächstenliebe oder dient sie der Selbstverwirklichung Selbstentgrenzung und Konzentration auf sich selbst Fünftens verspricht die Therapie mystische Zustände stellt sie Kontakt zum Übersinnlichen her Sechstens dienen Meditationstechniken Betrachtung und Gebet der Befriedigung von Ich Bedürfnissen der Erfahrung von Lehre und einem Rückzug von der Welt Siebtens macht die Therapie abhängig von bestimmten Medien wie zum Beispiel Heilsteinen Achtens betrachtet der Heiler Krankheit und Leid als selbst auferlegt als schlechtes Karma oder Unfähigkeit das innewohnende geistige Potenzial zu entfalten Neuntens Vertritt der Heiler die Irrlehre der Reinkarnation der Wiedergeburt Zehntens arbeitet der Heiler mit astrologischen Gutachten mit Pendel oder Wünschelrute Ein Christ der magische Heilverfahren an sich vollziehen lässt sündigt schwer Unheil wird dich treffen dass du nicht zu bannen vermagst dich wird treffen verderben ehe du dich versiehst heißt es in der Bibel Sämtliche Heilpraktiken die Magie und Zauberei anwenden mit denen geheime Mächte Energien Kräfte dienstbar gemacht werden sollen verstoßen schwer gegen das erste göttliche Gebot du sollst keine Götzen anbieten das gilt vornehmlich für christliche Therapeuten und Wunderheiler die esoterische Diagnose und Heilverfahren mit seriösen verbinden vor ihnen warnt die Bibel es werden falsche Messiasse also Heilsbringer und falsche Propheten auftreten und Zeichen und Wunder wirken auch Krankenheilungen um wenn es möglich wäre auch die Außerwählten in die Irre zu führen ihr aber seht euch vor der leidende Mensch hofft auf Gesundheit er wird angetrieben von dem Ruf und der sittlichen Pflicht sich gesund zu erhalten der leidende Christ setzt seine Hoffnung auf Gott er überschreitet aber die Hoffnung auf übernatürlich gewirkte Heilung wenn er den natürlichen Weg über erfolgreiche schulmedizinische Therapien verweigert und sich stattdessen esoterischen Heilern anvertraut wer einen Rechtsanspruch auf wunderbare Heilung zu haben glaubt sündigt gegen Gott durch Vermessenheit er setzt eine falsche Zuversicht auf die Hilfe Gottes vor allem dann wenn er unbußfertig das heißt ohne Reue über seine Sünden Gottes Barmherzigkeit herausfordert diese Vermessenheit ist die Sünde wieder den Heiligen Geist die Gnade Gottes setzt die Mitwirkung des Menschen voraus ein Mensch der versäumt zu tun was er zu tun vermag und stattdessen alle Hilfe also Wunder von Gott erwartet versucht Gott Gott zu versuchen aber ist schwere Sünde die Barmherzigkeit Gottes setzt voraus dass der Mensch seine Geschöpflichkeit anerkennt dass er bereit und willens ist sich seinem Schöpfer zu unterwerfen dass er sich bemüht Gott zu lieben Gott lieben aber heißt seine Gebote zu erfüllen wer mich liebt hält meine Gebote Sehnsucht nach Genesung ist letztlich die Sehnsucht nach Erlösung nach dem Heil das Wissen esoterische Heiler zu nutzen indem sie nicht nur körperliche Heilung versprechen sondern zugleich das Heil diese ihre Zielsetzung macht die esoterische Medizin nicht nur unvereinbar mit der wissenschaftlichen Medizin sondern zugleich mit der christlichen Heilslehre wer sich nicht mit den weltanschaulichen Hintergründen esoterischer Diagnosen und Therapien auseinandersetzt wird esoterisch verführt und geprägt ob er es will oder nicht da nun leider der Mensch 90% von dem vergisst was er nur gehört hat empfehle ich Ihnen mein Buch Irrwege des Glücks Es ist 240 Seiten stark und wird zum Selbstkostenpreis von nur 5 Euro abgegeben Bestellanschrift Vereinigung zum Schutz schwacher und hilfloser Menschen Postfach 2168 59 531 Lippstadt 10 Höchst 19 30 19 31 32 33